Aber wieder haben wir keine Kohle gekriegt, wa? Das ist echt... Ja, mal gucken hier, wie der Flieger abstartet, wa? Gebt das Ding um mal ab. Scheiben wir erst, wo wir weg sind. So, erledigt. Wie standen denn? Nicht ein Kratzer, jawoll. Als Lauscher. Okay. So, ja, Mensch, wa? Haben wir erledigt. Jetzt haben wir noch ein L. Attentat. Ja, wenn wir schon mal hier sind, war mit Franklin. Können wir das doch auch gleich machen. Ja, wieder keine Kohle gekriegt von irgendwelchen, ne? Wir haben nun mal einen Job gemacht. Aber wieder mal keine... Keen... Keen... Keen Money hier sehen. Naja, wird sich schon irgendwann einstellen oder so. Ob das war, wo meine Befürchtung war, dass die uns alle im Prinzip bloß ausnutzen. Na, mal schauen. Oha, oha. Oha, oha. Attentat. Hm. Was ist hier los? Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich habe eine ganz blöde Idee, die ich immer gemacht habe. 4800 Dollar haben wir. Ach du Scheiße. Jetzt hat er ja nicht gelohnt. Jetzt sind sie rum mit Helikopter dran, aber. Oh, weg hier. Ach, Mensch. Etwas unüberlegt. Egal. Das müssen wir auch mal gemacht haben. Hehehe. Da war auch der Drackentat gewesen. Ich brauche Info-Weird-Dispatch. Wo geht er? Ach. Es ist ja nicht gegründet. Ach. Es ist ja nicht gegründet. In mich ich gar nicht zu verfahren. war das war hier relativ gleichen punkt gefunden haben wo wir uns verstecken können vom prinzip her war für 4.800 dollar hier so ein komischer geldtransporter befallen und das hat jetzt nicht wirklich gelohnt er hätte schon ein gewisschen mehr rausspringen müssen aber egal das ist besser als ja keine kohle klingen von irgendwelchen arbeitenden ja jetzt nicht weiterfahren können steck mal den prügel weg klingelt mir ja ja verstanden ich bin ever heard of jackson skinner he's head of product development at facade man we must read different magazines and the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from moscow to run he's handing it to the cyber terrace on a fucking silver platter okay dog chill shit chill i got you man what's the play i'm reliably informed that he has a weakness for working girls there's a regular he likes to pick up in the puerto you stake her out and she should lead you to skinner i'll send you the location meanwhile maybe i'll take another look at the fruit share price all right homie i'll be in touch okay beobachte die prostituierte heißt das eigentlich erstmal gucken wo die ist okay ähm das heißt ja dass wir aktien kaufen könnten war von flut finanzen und dienste die börse das sieht nicht so aus als wenn das hier drinnen wäre aber wir haben noch mehr aber ich glaube wir müssen so ja aber die flut stand aber nicht drinnen die börse ist wegen wartungshafen schön das ist ja toll na gut dann werden wir mal die prostituierte beobachten nicht die heiraten die 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 So, ich bin gespannt. Wo ist er denn? Aha, steckt in den Wagen der Zyper Sambato bis er es tut und erledigen dann den Fahrer. Hä? Aha, also müsste jetzt hier gleich ein Auto kommen oder was? Bitteschön, gib dir mal den Vortritt. Ja, die kriegen mich ja auch. Machen wir das doch gleich so? Fällt dir an die auf. Also, wenn sie einsteigen, muss man schießen, sozusagen. Das ist ja hier so, oh Gott. Ah, da kommt er, das ist er bestimmt. So, wir sind schmerzlos. Wurde ich jetzt mal sagen. Da rennt sie. Hängen die Cops ab? Gut für Cops. So. Ja. Auch das war gar nicht mal so schwierig. Außer wenn die jetzt hier rinrammeln, dann haben wir ein Problem. Schubidu, was ist denn hier überhaupt? Ganz wie Papierfabrik oder so weit. Ja, ihr könnt lange suchen. Finde mich nicht. Oh. Sollte ich vielleicht nicht machen. Na? Wo bin ich? Hört auf zu spinnen. Hört auf zu spinnen. Ach, das wollte ich meinen. Hört auf zu spinnen. Hey Mann, ich wippe das Software aus. Ah, excellente Nachrichten. Ich spreche mit dir bald. Position erfüllt. Will ich seinen 6 Minuten Bonus sauber davon kommen? Haben wir nicht geschafft. Verdienstes Geld 3000, das ist auch nicht so. Für ihn umliegen, wa? 3000? Ja, 3000. So, wie ist Lester hier schon wieder aktuell? Ja, warum nicht? Barry hat auch mal wieder was für uns. Ach komm, wir machen mal Barry. Den hatten wir ja lange nicht. Was ist denn hier? Komm ich hier durch? Ja, tut mir leid wegen dem Zaun. Wunderbar. Sag mal an. Nice drive! Ey, Cabron! Mal ein bisschen, was ey Cabron? Äh. Äh. Wie nochmal Polizei Kontrolle war. Ich hab schon mal die Waffe. Pam mal da. Schön mit nem Call im Inneren. Oh. Oh. Huh. Keine Zeugen. Keine Zeugen. Oh, und wie. Oh, und wie. Also, weg hier. Oh, und wie. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin hier. ein bisschen vernünftige karriere für franklin stilgerecht jetzt ist er nicht mehr so stilgerecht war da hoch da kommt man los sonst ihr steht hier total ungünstig so ist besser so mal gucken barry mit dem haben wir uns eigentlich verscherzt war dazu machen wir immerhin übergezogen ach ne bei beverly war das stimmt ja mit beverly haben wir ja nicht mehr so eigentlich wollte ich erst bremsen und dann aufsteigen aber naja geht uns so war so very mein freund gut ich will jetzt nicht mehr woher du an mr. revolutionärer was der smoke in im at city hall im the only fool here Oh, äh, 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 ja, hm, hm, oh, shit, äh, ja, ja, I'll be right there, I, äh, I didn't forget, I was busy, yeah, busy, that's it, hey, 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 fight the power, this motherfucker. Hm, you know, Barry war ja der Drogenkollege. Flaky motherfucker, I should've known. Man kann auch gehen, oder? Ja, er hat gesagt, er ist gleich da, war, also. Das ist aber, oder? Nee. Ja, warten wir jetzt auf den, oder? Wie ist das? Hm, das ist jetzt eine gute Frage, ob der jetzt wirklich kommt, oder? Ah, auf der Karte wurde er sicherlich nicht angezeigt worden, ne. Hm. Vermute mal, der kommt nicht mehr. Na gut, den geben wir. Wenn wir hier noch so viel rumstehen. 희.